Willkommen in unserem Kanal, wo wir uns mit der faszinierenden Welt der Selbsthilfe und persönlichen Entwicklung befassen. Im heutigen Video werden wir die zeitlose Weisheit von Dale Carnegie und sein renommiertes Buch Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst untersuchen. In einer Welt, in der echte Verbindungen und sinnvolle Beziehungen hochgeschätzt werden, sind Carnegie's Lehren weiterhin von immenser Relevanz. Tauchen wir also ohne weiteres in die Prinzipien ein, Freunde zu finden und einflussreiche Verbindungen aufzubauen. Dale Carnegie's Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst wurde erstmals 1936 veröffentlicht und ist seitdem eines der meistverkauften Bücher aller Zeiten, mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Carnegie's Erkenntnisse und Strategien haben bei unzähligen Menschen Anklang gefunden, die ihr persönliches und berufliches Leben verbessern wollen. Die anhaltende Popularität und Wirkung des Buches ist auf Carnegie's Betonung grundlegender menschlicher Prinzipien und seine Fähigkeit zurückzuführen, praktische Ratschläge zu erteilen. Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst ist nicht nur ein Selbsthilfebuch. Es ist ein Leitfaden zum Verständnis der menschlichen Natur und zur Erschließung der Kraft der positiven Kommunikation. Eine der wichtigsten Lektionen von Carnegie ist die Bedeutung des echten Interesses an anderen. Indem wir uns aufrichtig für jemanden interessieren, stellen wir eine Verbindung her und lassen ihn sich geschätzt fühlen. Aufmerksamkeit zu hören und aussagekräftige Fragen zu stellen, gehört zu den Strategien, die Carnegie vorschlägt, um starke Freundschaften und einflussreiche Beziehungen aufzubauen. Carnegie unterstreicht auch die Bedeutung, andere zu loben und ihre Leistungen anzuerkennen. Wenn wir die Bemühungen eines Menschen anerkennen und seine Stärken hervorheben, stärken wir nicht nur sein Selbstwertgefühl, sondern stärken auch die Bindung zwischen uns. Durch echte Wertschätzung und Ermutigung fördern wir dauerhafte Freundschaften und inspirieren andere, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Neben zwischenmenschlichen Fähigkeiten betont Carnegie die Bedeutung von Empathie und Verständnis. Indem wir uns in die Lage anderer versetzen und ihre Perspektiven verstehen wollen, können wir Lücken schließen, Konflikte lösen und harmonische Beziehungen aufbauen. Mitgefühl und Empathie dienen als wirksames Instrument zur Schaffung eines positiven, unterstützenden sozialen Umfelds. Carnegie präsentiert auch Techniken, um andere effektiv zu beeinflussen. Anstatt auf Manipulation oder Zwang zurückzugreifen, setzt er sich für die Überzeugungskraft durch Freundlichkeit und Verständnis ein. Indem wir die Wünsche, Bedürfnisse und Motivationen der Menschen ansprechen, können wir sie zu für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen führen und ihre Zusammenarbeit gewinnen. Ein weiterer entscheidender Aspekt von Carnegie's Lehren ist die Bedeutung der Vermeidung von Kritik und der Förderung eines positiven Umfelds. Anstatt sich auf Fehler oder Menge der Menschen zu konzentrieren, schlägt er vor, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und konstruktives Feedback zu geben. Durch die Pflege einer unterstützenden Atmosphäre schaffen wir ein Umfeld, das dem persönlichen Wachstum und der offenen Kommunikation förderlich ist. Es ist erwähnenswert, dass Carnegie's Prinzipien keine schnellen Lösungen oder manipulativen Taktiken sind. Stattdessen betonen seine Lehren die Pflege echter Beziehungen, die auf Vertrauen, Respekt und gegenseitigem Verständnis beruhen. Die Strategien, die er vorstellt, erfordern konsequente Praxis und den aufrichtigen Wunsch, sich authentisch mit anderen zu verbinden. Im Laufe der Jahre, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst, hat den Test der Zeit bestanden und inspiriert den Einzelnen weiterhin, seine sozialen Fähigkeiten zu verbessern und einen einfühlsameren Ansatz für Beziehungen zu verfolgen. Die Lehren und Erkenntnisse von Carnegie haben das Potenzial, unser Leben zu verändern und uns dabei zu helfen, die Komplexität der sozialen Welt zu bewältigen. Wenn wir dieses Video abschließen, empfehlen wir Ihnen, sich eingehender mit der Weisheit von Dale Carnegie zu befassen, indem Sie sein Buch Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst erkunden. Indem wir Carnegie's Prinzipien in unser Leben einbeziehen, können wir sinnvolle Freundschaften pflegen, andere positiv beeinflussen und letztendlich ein erfüllteres und erfolgreicheres Leben führen. Vielen Dank, dass Sie sich uns auf diese Reise des persönlichen Wachstums und der Entdeckung angeschlossen haben. Wenn Sie dieses Video wertvoll fanden, vergessen Sie nicht, unseren Kanal für aufschlussreichere Inhalte zu mögen, zu teilen und zu abonnieren. Denken Sie daran, die Macht, Freunde zu finden und Menschen zu beeinflussen, liegt in jedem von uns. Gehen Sie bis zum nächsten Mal hinaus und bauen Sie außergewöhnliche Verbindungen auf. Willkommen zurück zu unserer Erforschung von Dale Carnegie's, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. In unserem vorherigen Segment haben wir die Prinzipien des Aufbaus echter Verbindungen und der Förderung positiver Beziehungen erörtert. Lassen Sie uns nun weiter auf Carnegie's Lehren eingehen und wertvollere Erkenntnisse entdecken, um Freunde zu finden und andere zu beeinflussen. Eines der Schlüsselkonzepte, das Carnegie betont, ist die Wichtigkeit, sich an die Namen der Menschen zu erinnern und sie zu verwenden. Als Menschen haben unsere Namen für uns eine große Bedeutung. Wenn wir uns bemühen, uns zu erinnern und den Namen einer Person in Gesprächen zu verwenden, zeigen wir ihnen, dass wir sie wirklich schätzen und respektieren. Es dient als einfache und dennoch leistungsstarke Möglichkeit, unsere Verbindungen zu anderen zu stärken. Carnegie erinnert sich nicht nur an Namen, sondern unterstreicht auch die Bedeutung des aktiven Übens von Freundlichkeit und Großzügigkeit. Indem sie sich auf kleine freundliche Handlungen einlassen, ob es sich um ein echtes Kompliment handelt, eine helfende Hand gibt oder einfach eine positive Einstellung zeigt, wir können einen Welleneffekt der Positivität erzeugen, der bei unseren Mitmenschen Anklang findet. Ein weiterer entscheidender Bestandteil von Carnegie's Lehren ist die Kunst der effektiven Kommunikation. Indem wir unsere Hörfähigkeiten verbessern und wirklich im Gespräch präsent sind, können wir eine Beziehung aufbauen und wertvolle Einblicke in die Gedanken, Gefühle und Perspektiven anderer gewinnen. Dieses aktive Engagement fördert das Vertrauen und vertieft unser Verständnis für diejenigen, mit denen wir interagieren. Eine andere Strategie, die Carnegie vorstellt, ist die Kraft des Geschichtenerzählens. Indem wir persönliche Anekdoten und Erfahrungen austauschen, engagieren wir andere auf emotionaler Ebene und schaffen durch gemeinsame Erfahrungen eine Verbindung. Geschichten haben die Fähigkeit, Menschen tief zu fesseln, zu inspirieren und mit ihnen in Resonanz zu treten, was sie zu einem hochwirksamen Instrument zur Beeinflussung und zum Aufbau von Beziehungen macht. Carnegie betont auch, wie wichtig es ist, Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen zu finden, wenn Freundschaften und einflussreiche Verbindungen aufgebaut werden. Indem wir gemeinsame Leidenschaften oder Hobbys entdecken und pflegen, schaffen wir Bindungen, die über oberflächliche Interaktionen hinausgehen. Diese gemeinsame Begeisterung schafft eine Grundlage für sinnvolle und dauerhafte Beziehungen. Aufbauend auf der Idee gemeinsamer Interessen führt Carnegie das Konzept der Empathie ein. Indem wir uns in die Lage eines anderen versetzen und seine Perspektiven wirklich verstehen, können wir uns auf einer tieferen Ebene mit ihm verbinden. Empathie ermöglicht es uns, uns auf andere zu beziehen, in herausfordernden Zeiten Unterstützung zu leisten und ihre Erfolge zu feiern. Während wir uns weiterhin mit Carnegie's Prinzipien befassen, ist es wichtig, die Bedeutung der Authentizität hervorzuheben. Echte Verbindungen bauen auf Ehrlichkeit, Offenheit und Integrität auf. Indem wir uns selbst treu bleiben und unsere einzigartigen Eigenschaften annehmen, ziehen wir Gleichgesinnte an, die uns schätzen und schätzen, wer wir sind. Carnegie betont auch, wie wichtig es ist, ein guter Zuhörer zu sein und aktiv zu versuchen, andere ohne Urteil zu verstehen. Diese Praxis des aktiven Zuhörens ermöglicht es uns, verborgene Bedürfnisse, Wünsche und Bedenken aufzudecken, die möglicherweise nicht ohne weiteres ersichtlich sind. Indem wir Empathie demonstrieren und andere wirklich verstehen, können wir effektive Lösungen und Unterstützung anbieten. Ein weiterer entscheidender Aspekt von Carnegie's Lehren ist die Kraft der positiven Verstärkung. Indem wir die Stärken und Errungenschaften anderer erkennen und hervorheben, schaffen wir Vertrauen und motivieren sie, noch größere Höhen zu erreichen. Das Feiern der Erfolge anderer schafft ein erhebendes und unterstützendes Umfeld, das Wachstum und Zusammenarbeit fördert. Carnegie erforscht auch die Kunst der Konfliktlösung und des Umgangs mit schwierigen Situationen mit Finesse. Durch einen ruhigen und verständnisvollen Ansatz können wir Konflikte und Meinungsverschiedenheiten effektiv bewältigen. Dies erfordert aktives Zuhören, Empathie und den echten Wunsch, eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung zu finden. In seinem Buch betont Carnegie den Wert des kontinuierlichen Lernens und des persönlichen Wachstums. Er ermutigt uns, neues Wissen zu suchen, uns selbst zu verbessern und unsere Fähigkeiten zu entwickeln. Indem wir uns bemühen, die beste Version von uns selbst zu werden, verbessern wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern inspirieren und beeinflussen auch die Menschen um uns herum. Es ist wichtig anzumerken, dass die Umsetzung der Carnegie-Prinzipien konsequente Praxis und Geduld erfordert. Der Aufbau dauerhafter Freundschaften und die Entwicklung einflussreicher Verbindungen sind ein Prozess, der Zeit und Mühe kostet. Die Belohnungen echter Verbindungen und bedeutungsvoller Beziehungen sind jedoch unermesslich. Während wir durch unser persönliches Leben und unsere beruflichen Bemühungen navigieren, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die von Dale Carnegie geteilten Prinzipien über einfache Techniken hinausgehen. Sie umfassen eine Denkweise und Herangehensweise an das Leben, die Menschen, Empathie und authentische Verbindung schätzt. Indem wir diese Prinzipien in unsere täglichen Interaktionen integrieren, können wir eine harmonischere und erfüllendere Existenz schaffen. Gegen Ende dieses Videos empfehlen wir Ihnen, über die Erkenntnisse und Lehren von Dale Carnegie nachzudenken. Überlegen Sie, wie Sie diese Prinzipien in Ihrem eigenen Leben anwenden können, um sinnvolle Freundschaften zu pflegen, Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und die Menschen in Ihrer Umgebung positiv zu beeinflussen. Vielen Dank, dass Sie mit uns durch die Weisheit von Dale Carnegie in wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst gereist sind. Wenn Sie dieses Video wertvoll fanden, sollten Sie unseren Kanal für inspirierendere Inhalte mögen, teilen und abonnieren. Denken Sie daran, die Macht, Freunde zu finden und andere zu beeinflussen, liegt in jedem von uns. Gehen Sie bis zum nächsten Mal hinaus und stellen Sie außergewöhnliche Verbindungen her.